Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich dir erzählen, wie auch du in deinem Garten, auf deinem Balkon oder was auch immer du so zur Verfügung hast an freier Fläche, natürlich nicht im Haus, aber außerhalb deiner Wohnung, außerhalb deines Hauses, dafür sorgen kannst, dass du schöne Vogelfotos machst. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch sehr gern dran. Ah, wisst ihr, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichten von Menschen, die irgendwelche Raubvögel in den 80er, 90er und vielleicht sogar Anfang der 2000er angelockt haben mit Köder, Tieren, oft Lebenden, was wirklich alles überhaupt nicht in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass bei der heutigen Singvogelwelt natürlich alle Zeichen auf Alarm stehen. Ja, also es gibt kaum noch Insekten. Ich habe das vor kurzem mal in einem Insta-Livestream gesagt. Danach hatte ich einen Call mit Andreas, meinem Guide aus Schweden. Grüße gehen raus, Andreas, an dich. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt mit nach Schweden fahren, dann schauen wir uns auf der Webseite auf eifepfotoschule.de vorbei. Da geht es nach Lappland im Sommer und im Winter. Ja, hatte ein Gespräch mit ihm, der sagte, ich bin ganz entsetzt, dass es keine Insekten bei euch im Garten gibt, obwohl da ja alles blüht. Und ja, das ist leider die traurige Wahrheit. Ich war ja vor ein paar Wochen beim Fotogipfel Oberstdorf, da sind wir mit unserem Fotoschulbus, das ist ein Opel Vivaro, hingefahren und zurück. Wir haben das Fenster nicht einmal sauber gemacht. Und jeder, der weiß, der mal in den 70er und 80ern mit dem Auto nach Bayern gefahren ist, dass man zwei-, dreimal unterwegs mit dem Insektenschwamm die Scheibe sauber machen musste. Und so ist es eben ein Problem, dass wir kaum Insekten haben und so im Garten auch nicht. Das sorgt dafür, dass wir ganzjährig zufüttern. Wir haben für Tiere im Garten quasi optimale Bedingungen geschaffen. Und dann ist unser Garten so mit 1600 Quadratmetern und auch einem Waldgrundstück und sowas relativ groß. Aber du kannst das trotzdem bei dir auch, auch wenn du Balkon hast, natürlich dafür sorgen, dass Tiere angelockt werden. Wir haben zum einen sehr viele Möglichkeiten geschaffen zum Brüten. Wir haben also reichlich Kästen aufgehangen, in denen Vögel brüten können. Die haben wir auch so klassifiziert, dass unterschiedliche Vögelklassen brüten können. Also natürlich gibt es Meisenkästen. Bei diesen Meisenkästen sind Schutzbleche an den Eingangshöhlen so, dass der Specht die nicht vergrößern kann, um dann die Jungen zu holen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten für die Spechte zu brüten. Und es gibt Möglichkeiten in Form von Eichhörnchenkobeln. Und wir sind vielleicht auch so eins der wenigen Grundstücke hier in Maschenheide, zumindest auf dieser Ecke, wo noch der alte Waldbestand steht. Sodass eben Eichhörnchen auch natürliche Kobel im Baum bauen können. Wir haben, um mal so ein Gefühl zu bekommen, alle möglichen Meisenarten im Garten. Also Kohlmeise, Blaumeise, Haubenmeise auf jeden Fall. Wir haben natürlich Dinge im Garten, also Buntspechte sowieso, Grünspechte immer mal wieder, Eichelheer, Elstern, Amseln, Drosseln, Stare, Zaunkönig, Kernbeißer, Rotkehlchen, Dompfaff. Wie heißt der, der im Baum hochläuft? Kerber, glaube ich. Also alles Mögliche an Tieren. Gleichzeitig fühlen sich bei uns im Garten Igel wohl, Eichhörnchen, ab und an ist ein Feldhase hier. Es war schon mal ein Pfau hier, äh, Quatsch, ein Pfau, ein Fasamen männlicher hier im Garten. Also ihr hört schon raus, es sind hier Bedingungen. Und das, obwohl wir mitten in einer Wohnsiedlung leben, ist jetzt nicht so, dass wir hier mitten irgendwo am Feldrand leben. Und das Problem all dieser Tiere ist, dass sie natürlich nicht mehr ausreichend Futter finden. Und gleichzeitig vor allem kein artgerechtes Futter. Wir haben sehr alte Eichen auf dem Grundstück. Wir haben abgestorbene Bäume auf dem Grundstück. Lange Jahre stehen gehabt, die wir jetzt haben fällen lassen, weil natürlich immer die Gefahr ist, dass die vielleicht nochmal im Nachbarsgarten umstürzen, wenn die Bäume tot sind und das Totholz. Aber wir haben Totholz liegen lassen, ganz bewusst. Wir haben einen Teil davon zum Kaminholz verarbeitet. Wir haben aber auch einen Teil Totholz liegen lassen, sodass eben wiederum da auch sich Insekten bilden können und aufhalten können. Aber gleichzeitig gibt es einfach für die meisten Meisenarten viel zu wenig tierisches Eiweißfutter in der Brut. Und bei uns brüten die Meisen in normalen Jahren zweimal, in manchen Jahren dreimal. Und wenn es da kein tierisches Eiweiß gibt, dann bringt ihr im Prinzip die Küken um. Das muss man leider sagen. Also die Küken sind aufgrund des Wachstums auf tierisches Eiweiß angewiesen. Das heißt, wir füttern artgerecht. Wir füttern zum Beispiel nur sehr wenig Erdnuss. Wir füttern immer mal wieder Sonnenblumenkerne, aber auch ein bisschen saisonal abgestuft. Zum Winter hin, wenn die Tiere ein bisschen was anlegen müssen, also auch in einem Vorrat und auch im Winter eher was Fettiges wie Sonnenblumenkerne. Und in der normalen Saison eher vielleicht auch andere Kerne, Hirse und sowas. Also alles, was in so einem guten Mischfutter drin ist. Wir füttern die Eichhörnchen hauptsächlich mit Walnüssen. Die pflücken sie auch bei uns von den Bäumen. Wir haben Walnussbäume, die im Garten stehen und einfach stehen bleiben. Wir füttern die auch mal mit Haselnüssen. Wir haben auch Haselnusssträucher im Garten, die stehen bleiben und nicht permanent geschnitten werden. Aber wir füttern eben auch die Meisen in den großen Vogelhäusern, die hier im Garten so rumstehen, mit Maden. Also mit getrocknetem tierischem Eiweiß, weil es eben notwendig ist, um die Brut zu bewerkstelligen. Und so haben wir einfach eine Art Paradies geschaffen für Vögel, für einheimische Vögel, die auch hier im Garten ganz normal unterwegs sind. Also in diesem Sommer ist hier ständig eine Krähenfamilie unterwegs. Die sind wirklich ein bisschen nervig, weil wir füttern unter anderem für die Spechte so Fettblöcke. Das sind Blöcke, die aus so einer fettigen Masse bestehen. Also ihr würdet das wahrscheinlich für Frittierfett halten oder sowas. Aus so einer fettigen Masse bestehen und damit auch sehr viel tierischem Inhalt sind. Und die Krähenfamilie hat herausgefunden, wie man in diesen Körben, in denen wir das füttern, mit sehr viel Schnabeleinsatz dafür sorgt, dass der Fettblock in Zeile zerbricht und dann auf den Boden fällt und dann am Boden das wegfressen kann. Also ich muss auch mal sagen, das sind schon auch Dinge, die ein bisschen absurd sind an manchen Stellen. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür eben eine ausgewiesene Vogelwelt hier im Garten und die man eben auch sehr gut fotografieren kann. Und da kommst du dann halt einfach mal zu einem guten Foto. Und ihr wisst es, ich bin überhaupt nicht der Tierfotograf. Im Gegenteil, also ich bin wirklich, ich bin gerne Landschaftsfotograf und ich fotografiere gerne auch andere Dinge. Aber ich sehe mich alleine schon an diesem Vogeltreiben, was hier auf der Terrasse, im Garten, in den Sträuchern ist, total satt. Und ich fotografiere es auch. Ab und an habe ich auch ein paar Fotos ja zwischendurch jetzt schon mal gezeigt. Weil es eben einfach unfassbar viel Spaß macht und weil die Tiere auch zutraulicher werden. Das gilt für die Eiche und für alles andere auch. Gleichzeitig mähen wir nicht mehr einmal die Woche oder alle 14 Tage den Rasen, sondern wir lassen Dinge stehen, dass möglichst viel zum Blühen kommt. Dass eben doch zumindest ein paar der Honigbienen aus dem Nachbarnsgarten und vielleicht auch ein paar andere Insekten sich irgendwie ausbreiten können. Es gibt auf dem Grundstück hinten, hinter so einer Art Sichtschutzhecke, wo wir gar nicht hingucken können, aber wo es auch niemand anderen von unseren Nachbarn stört, weil auch die alle nicht da hingucken, weil das die Ecke der Grundstück, der vier Grundstücke ist. Dann gibt es einen Teil, der überhaupt nicht gemäht wird. Also da mähen wir gar nicht mehr. Also da bleibt das einfach von früher, wenn es sprießt, bis zum nächsten Winter alle stehen. Und im Hang räumen wir auch nicht mehr großartig auf. Ja, da machen wir ab und an mal mit dem Freischneider die Brombeeren weg. Einfach damit man das Ganze noch betreten kann, wenn man wirklich mal da rein muss. Aber wir lassen auf dem Boden alles liegen. Im Gegenteil, ein Teil des Laubes, was im Herbst im Garten anfällt, bringen wir sogar dahin, damit eben auch die Igel irgendwie ein Zuhause haben. Ihr seht es schon, das ist hier bei vielen Sachen, die ich so mache, mache ich es entweder ganz oder gar nicht. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keine 1600 Quadratmeter Grundstück und schon gar kein Wald auf dem Grundstück und auch keine 150 Jahre alte Eichen und so weiter, dann kannst du trotzdem auch auf deinem Balkon eine kleine Futterstelle mit einem kleinen, zur Not mit so einem Hängehäuschen einrichten. Also auch in der Stadt, so ein Häuschen, so ein Futterhäuschen, was übers Geländer hängt, da musst du nicht mal für bohren. Wenn du die Genehmigung hast, die Fassade anzubohren, häng doch ein Haus zum Brüten auf. Meisen, Spatzen, Sperlinge, die sind natürlich auch reile ich hier im Garten, klar. Aber auch die suchen alle natürlich Platz, um sich das so einfach wie möglich zu machen und damit die Brut so einfach wie möglich zu machen. Also das wäre so mein Tipp, wenn du mehr Tierfotos machen möchtest, denn auf deinem Balkon kannst du die Balkontür aufmachen und dann fliegen die Vögelchen da vorbei und dann kannst du auch von denen Fotos machen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend. Lass mir gerne deine Kommentare zu so einer Art Video hier unten in den Kommentaren da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche dir alles Gute bei der Vogelfotografie. Wenn du mal wissen möchtest, was für Einstellungen ich vornehme und mit welchem Objektiv und so weiter, kannst du mir das auch sehr gerne schreiben. Dann mache ich dir ein weiteres Video dazu. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, alles Liebe und der Vogelwelt, die es ziemlich schwer hat in unseren Breitengraden, auch nur das Beste für die Zukunft. Viel Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020